Die Lilien sind aus Tradition anders. Frauen sind doch die besseren Autofahrer. Die Lilien gehören zu Darmstadt wie die Musik zum Handkäs. Die Lilien zeigen im Spiel der Millionäre, wie man mit Herz und Leidenschaft Berge versetzen kann. Ich bin der Colin, das ist Lilien Inside und ich blicke für euch hinter die Kulissen unserer 98er. In den kommenden Folgen spreche ich mit verantwortlichen Spielern und Fans, die die Lilie im Herzen tragen. Lilien Inside für euch vor jedem Auswärtsspiel auf Echo Online. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.